Wir starten mit einer Keynote von Nancy Faeser und ich würde euch die SprecherInnen des Panels einfach im Anschluss vorstellen, wenn das Panel losgeht. Wir haben es schon gehört, es geht um Resilienz. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat verschiedene Herausforderungen für die Digitalisierung in Deutschland mit sich gebracht, vom digitalen Kontakt zu Behörden, den jetzt viele Geflüchtete brauchen, über Cyber Security und kritische Infrastrukturen bis hin zu Fake News und Propaganda. Nancy Faeser wird hier eine Keynote dazu halten und vor allem auch die Rolle und Bedeutung der Zivilgesellschaft hier betonen und im Anschluss gibt es dieses Panel. Von daher möchte ich jetzt Nancy Faeser begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, freue mich, dass ich heute hier sein kann, aber ich möchte betonen, dass neben der Freude heute hier zu sein, ich habe mich doch noch unter dem schrecklichen Eindruck des Vorfalls heute. Okay. Kein Ton. Kann ich machen. Ist an? Okay. Entschuldigung. Ich hoffe, ich bin zu hören. Sehr gut. Ja, meine Damen und Herren, ich habe gerade gesagt, ich freue mich sehr, hier zu sein bei der Republika 22, um bei Ihnen sprechen zu dürfen. Aber ich habe gesagt, meine Freude ist heute sehr getrübt durch das, was heute Morgen in Berlin in der Townsendstraße an schrecklichen Vorfall passiert ist. Meine Gedanken sind bei der Familie, den Freunden, den Angehörigen, der getöteten Lehrerin und bei den vielen Schwerverletzten und Verletzten und ich wünsche Ihnen von dieser Stelle alles erdenklich Gute und baldige Genesung. Die Welt für die Angehörigen, für die Menschen, die heute verletzt wurden, ist nach dem heutigen Ereignis nicht mehr dieselbe. Was passiert ist, erschüttert mich zutiefst und ich wünsche allen Betroffenen ganz viel Kraft, damit klarzukommen. Darüber hinaus möchte ich mich bei den vielen Einsatzkräften, bei der Feuerwehr in Berlin, bei der Polizei in Berlin und auch bei den vielen Rettungskräften herzlich bedanken. Die haben heute einen super Job geleistet und für die ist das auch nicht ganz einfach, ein solches Ereignis zu verkraften. Meine Damen und Herren, ich freue mich dennoch, heute hier ein paar Worte sagen zu dürfen, auch zur Einordnung, wie sich die digitale Welt für mich als Bundesinnenministerin nach dem furchtbaren Kriegsbeginn am 24. Februar durch den furchtbaren Angriffskrieg Putins in der Bundesrepublik Deutschland auch darstellt. Wir merken natürlich, wie sehr innere und äußere Sicherheit dieser Tage zusammenhängen, welche Auswirkungen außenpolitische Ereignisse so eines furchtbaren Krieges mitten in Europa auf die Bundesrepublik Deutschland im Inneren haben. Und da ist natürlich zum einen auch zu nennen, was mich als Bundesinnenministerin natürlich am meisten beschäftigt hat und auch am meisten Sorgfalt und Sorgsamkeit hervorgerufen hat, nämlich meine vorderste Aufgabe war es, mich um die Geflüchteten, vor allen Dingen Frauen und Kinder zu kümmern. Wir haben über 700.000 Geflüchtete aus der Ukraine hier bei uns in Deutschland aufgenommen und ich darf mich an dieser Stelle bei den unglaublich vielen Ehrenamtlichen bedanken, die Großes geleistet haben in all den Monaten, ohne die wir das nicht so gut hätten stemmen können. Vielen Dank dafür. Und so gut diese Nachricht ist, dass es so viele Menschen gibt, die den Staat in solchen schwierigen Situationen stark machen und die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Zusammenhalt damit auch abbilden, desto sehr müssen wir auch auf die andere Seite gucken, welche Auswirkungen ein solcher Krieg auf die innere Sicherheit auch in Deutschland hat. Das fängt an mit massiven Desinformationskampagnen und wenn Sie mal in sich gehen und überlegen, wie war denn eigentlich die Nachrichtenlage kurz vor Kriegsausbruch, vor dem 24. Februar, dann stellen Sie mit Sicherheit fest, dass es dort Zweifel gab, ob das stimmt, was viele vermutet haben, dass Putin einen solch schwierigen, schlimmen, furchtbar völkerrechtswidrigen Angriffskrieg starten könnte. Oder gab es nicht doch eine Erzählung dazu, dass das nicht dazu kommen wird, dass möglicherweise die Amerikaner keine gute Rolle spielen. All das war Teil von staatlich gelenkter Desinformationskampagne. Das war dann erst mal im Bewusstsein weg, als der furchtbare Angriffskrieg begann. Aber auch nach dem Angriffskrieg, Sie erinnern sich sicherlich an die wirklich schwerwiegenden Desinformationen, die seitens Russland gesteuert wurden, dass es um Entnazifizierung ging. Wie irre diese Geschichte ist, weiß man, wenn man die Geschichte der Ukraine kennt und wenn man auch noch weiß, dass der Staatspräsident in der Ukraine selbst jüdischen Glaubens ist. Also Sie kriegen dadurch einen kleinen Einblick, was uns in den letzten Monaten auf der negativen Seite beschäftigt hat, nämlich in der Frage der Bedrohung der Demokratie auch bei uns hier im eigenen Land. Und deswegen haben wir sehr früh angefangen mit einer Taskforce, die wir eingerichtet haben über sämtliche Ressorts hinweg, unter Leitung des Innenministeriums, unter Beteiligung des Auswärtigen Amtes, des Bundespresseamtes, des Justizministeriums, des Kanzleramtes, um einfach sehr schnell abgestimmt zu sein in der Frage, wann ist eigentlich der Zeitpunkt erreicht, wo man auch als Staat reagieren muss gegen diese Desinformationskampagnen. Wir hatten eine Zeit lang sehr damit zu tun, dass über uns erzählt wurde, wie Russland feindlich wir sind, gegenüber auch den Staatsangehörigen, die hier leben. Dabei habe ich selbst immer wieder betont zu sagen, das ist der Krieg Putins, es ist nicht der Krieg der russischen Staatsangehörigen, die bei uns in der Bundesrepublik wohnen. Ich habe das bewusst immer wieder dagegen gesetzt, um zu zeigen, dass es hier keine Russlandfeindlichkeit per se gibt, sondern dass es sich da um staatlich gelenkte Desinformation auch handelt. Das beschäftigt uns natürlich bis heute. Der Krieg hält leider an und wir sehen auch am heutigen Tage wieder, mit welch furchtbaren Angriffen Putin dort unterwegs ist, sodass das für uns ein Thema bleibt, in der Frage auch, wie wir mit dieser Desinformationskampagne umgehen. Und der zweite Bereich, der Sie natürlich wahrscheinlich am meisten auch heute von mir interessieren wird, das ist natürlich der Bereich der Cybersicherheit, die sich natürlich durch diesen furchtbaren Angriffskrieg sehr verändert hat. Denn kriegerische Cyberangriffe betreffen nicht nur die Konfliktparteien selbst, sondern haben natürlich auch Auswirkungen weltweit und sie hatten auch natürlich Auswirkungen auf die Bundesrepublik Deutschland. Und wir reden von sogenannten Spillover-Effekten. Das heißt, dass wir sehr massive Angriffe, Cyberangriffe, Attacken seitens Russland in der Ukraine zu verzeichnen haben, die eben mittelbar auch Auswirkungen auf Deutschland haben, beispielsweise durch den Angriff auf den Satelliten Viasat in der Ukraine, der dazu geführt hat, dass einer unserer Windparks in Neutertschland manövrierunfähig geworden ist. Das sind sogenannte mittelbare Beeinträchtigungen, die dann aber sehr unmittelbare Auswirkungen auch in unserem Land haben und damit auch Schaden einrichten. Deswegen müssen wir auch unsere kritischen Infrastrukturen schützen. Ob es Stadtwerke sind, ob es Krankenhäuser sind, ob es auch Transportwege sind, die wir schützen müssen und gegen Cyberangriffe auch dort schützen müssen. Das haben wir auch getan, indem wir in dem zweiten IT-Sicherheitsgesetz die kritische Infrastruktur deutlich erweitert haben. Und dennoch brauchen wir auch für diese Stellen technische Neuerungen und auch eine Verpflichtung, dass diejenigen, die dort betroffen sind von solchen Angriffen, das auch zu uns zurückmelden, damit wir dann auch wirksam schützen können und dagegen vorgehen können. Ich werde noch aus diesen Gründen, die jetzt dieser furchtbare Angriffskrieg auch verursacht, noch vor der Sommerpause eine Cyber-Sicherheitsagenda des Bundesinnenministeriums vorstellen. Und schon heute kann ich Ihnen daraus einige Maßnahmen kurz skizzieren, die wir in dieser Legislaturperiode umsetzen wollen. Die Gefahr durch Cyberangriffe hat sich massiv erhöht. Und passive Sicherungsmaßnahmen alleine reichen aus meiner Sicht nicht immer aus, um diesen zu begegnen. Stattdessen brauchen wir auch gefahrenabwehrende Befugnisse, mit denen Cyberangriffe verhindert, beendet oder zumindest abgeschwächt werden können. Nur der Bund kann diese komplexen Gefahren im Cyberraum auch effektiv etwas entgegensetzen, sodass wir dem Bund auch eine führende Rolle in der Abwehr von Cybergefahren geben wollen und dafür auch das Grundgesetz ändern möchten. Da geht es nicht darum, den Ländern etwas zu entziehen, sondern dabei geht es darum, Kompetenzen zu bündeln und auch für die Länder zugänglich zu machen und damit wir alle etwas davon haben. Ich will aber nochmal ganz deutlich sagen, dass aktive Cyberabwehr für mich nicht bedeutet, dass wir Vergeltungsschläge haben wollen, die gemeinhin als Hackbacks bezeichnet werden. Es ist aber nötig, Maßnahmen zu prüfen, die auf IT-sicher Infrastrukturen einwirken, die für Angriffe genutzt werden. Dabei geht es um gezielte Maßnahmen, um Täter auch im Ausland zu identifizieren, ihre Verschleierung aufzudecken und Angriffe zu verhindern oder zumindest abzumildern. Wir werden außerdem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie zur Zentralstelle der IT-Sicherheit ausbauen und die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern deutlich vertiefen. Bisher war das nämlich nur im Wege der Amtshilfe punktuell möglich und ich glaube, das zeigt schon, dass eine Zentralstelle dort unbedingt notwendig ist. Was aus meiner Sicht jetzt aber das Nötigste ist, dass wir die Netze des Bundes weiter härten und schützen. Dazu definieren wir eine moderne Zielarchitektur mit verbesserter Sicherheit, die zügig umgesetzt wird. Auch die Spionage und Cyberabwehr werden wir deutlich verbessern. Sie sehen, der Staat muss in diesen Bereichen resilienter werden, denn es geht um die Versorgung von Millionen Menschen. Die Gewährleistung von Cybersicherheit ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jede Nutzerin, jeder Nutzer von IT-Systemen muss auch eigenverantwortlich handeln und seine Systeme und Accounts schützen. Meine Damen und Herren, Russland-Angriffskrieg gegen die Ukraine zeigt, dass in extremen Situationen nicht ein Akteur alleine das Heft des Handelns in die Hand nehmen kann. Als jeden Tag so viele Flüchtlinge kamen, haben sie geholfen. Wir haben mit der Zivilgesellschaft das alles beeindruckender Art und Weise auf den Weg gebracht. Und wir haben, Sie haben es angesprochen in der Anmoderation, damit möchte ich auch dann enden, damit wir in die Diskussion einsteigen können, gesagt, dass die vielen Geflüchteten, und die kommen aus einem Land, was hochtechnisiert ist und sehr digital entwickelt, mehr als wir hier bei uns, weil in der Ukraine ist es üblich, dass man mit den Behörden digital schon vollumfänglich kommuniziert und auch Dinge beantragen kann. Deswegen haben wir eine Hilfsseite auf den Weg gebracht, Germany for Ukraine, die die Möglichkeit bietet, Anträge bei den Ausländerbehörden auf Aufenthalt digital zu beantragen. Ich finde, das ist ein schöner Erfolg, der aber auch nur möglich war mit Partnern, die uns in kürzester Zeit geholfen haben, das zu entwickeln, sodass wir jetzt im engen digitalen Austausch mit den Geflüchteten stehen und sie immerhin bei knapp 100 Ausländerbehörden in Deutschland diesen Antrag jetzt digital auch einreichen können. Ich glaube, das ist ein kleiner Fortschritt, wo wir als Behörden insgesamt noch sehr viele Hausaufgaben haben. Ich bin aber bereit, die anzugehen und ich würde mich, damit es auch gelingen kann, über Ihre Unterstützung dabei auch sehr freuen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kurze Frage. Okay, ein bisschen unklar, weil Frau Faeser einen knappen Zeit lang hat, aber für eine, anderthalb Fragen haben wir noch Zeit. Jetzt kam das Thema, auf das ich mich vorbereitet hatte, für die Nachfrage bei Ihnen gar nicht vor. Deswegen würde ich mir erlauben, das Thema zu wechseln, wovon Sie gesprochen haben, dieses Thema aktive Cyberabwehr versus Hackback. Diese Definition, bin mir nicht sicher, ob das eine Definition ist, die alle teilen. Man braucht aber doch für diese aktive Cyberabwehr schon auch offene Sicherheitslücken, die dann staatlicherseits ausgenutzt werden können. Oder wie ist das? Nein, also es gibt, ich glaube, man muss unterscheiden. In der Kriminalitätsbekämpfung brauchen Sie manche Lücken, die aber kontrolliert werden müssen, um Kriminalität zu bekämpfen. Das, was Sie jetzt ansprechen bei Cyberabwehr und was ich mit aktiver Cyberabwehr meine, da meine ich das nicht, weil für mich ist wichtig, wenn Sie sehr aktive Cyberangriffe haben, dass wir dann die Möglichkeit bekommen, diese Angriffe insoweit abzuwehren, dass man zum Beispiel sie umleiten kann, also wegleiten. Das hat aber nichts mit Gegenangriffen zu tun, weil ich will niemanden gegenangreifen. Ich möchte aber quasi den Cyberangriff wegbekommen von meiner kritischen Infrastruktur beispielsweise. Darüber rede ich und darüber brauche ich, aber andere Befugnisse, die habe ich im Moment nicht. Selbst dieses Umleiten könnte ich im Moment nicht nach geltender Rechtslage. Das meine ich mit Veränderungen in dem Bereich. Das andere, was Sie ansprechen, ist ein sehr umstrittenes Thema. Ich weiß, da hätte ich jetzt wahrscheinlich viel Spaß in diesem Raum. Wir würden bestimmt noch viel Spaß zusammen haben. Die Frage, was muss ich an Sicherheitslücken überhaupt haben? Was brauche ich? Das ist aus meiner Sicht nur ein ganz eng umrissener Bereich, der auch sehr stark kontrolliert sein muss. Ansonsten schaffe ich mir ja selbst die Sicherheitslücken, über die ich dann auch attackiert werden kann. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Ist es schlau, Sicherheitslücken offen zu halten? Aber müssen Sie nicht, um mit anderen Server einzudringen, die uns angreifen, brauchen Sie keine Sicherheitslücken dafür? Nein, dafür brauchen Sie keine Sicherheitslücken. Jetzt weiß ich, ob Sie das fragen. Nein, Sie haben keine Zeit mehr. Wer ist das Timing von Frau Fäser? Ich rede weiter, bis Sie gehen müssen. Niemand? Also ich habe noch fünf Minuten. Okay, perfekt. Sie hatten, ja, es ging groß durch zumindest die internationale Cybersecurity-Filterblase am Wochenende. Sie hatten ja mit Telegram gesprochen. Es gab eine lange Diskussion. Ist es nötig dafür, Hintertüren einzubauen nötig oder ist es sinnvoll? Sie haben einen anderen Weg gewählt. Sie haben tatsächlich es geschafft, mit denen zu sprechen, mit dem Erfolg, dass die nun offenbar Daten an Behörden weitergegeben haben, was Telegram noch immer leugnet. Wie war es denn wirklich? Ja, ich habe viel Kritik dafür eingesteckt, dass ich den öffentlichen Druck auf Telegram einfach erhöht habe. Für mich war wichtig, wir hatten einmal zurückversetzen, man glaubt ja, das ist schon Jahre her, aber wir haben ja sehr, sehr schlimme Corona-Leugner-Demonstrationen gehabt, jeden Montagabend, jedes Wochenende, quer über Deutschland. Und das war jetzt auch keine leichte Situation, um das einmal in Erinnerung zu rufen. Und es gab bei Telegram, bei öffentlichen Gruppen, ich rede nicht über den Messenger-Dienst von Telegram, sondern ich rede über die öffentlichen Gruppen. Bei den öffentlichen Gruppen gab es offene Mordaufrufe und Gewaltaufrufe und das ist für mich als Innenministerin nicht genehmbar. Und deswegen habe ich den Druck erhöht, weil wir eigentlich durchs Netzwerkdurchsetzungsgesetz könnten wir Telegram verpflichten, das zu löschen. Aber ich hatte keinen Ansprechpartner von Telegram. Ich habe nicht einmal die Anzeige zustellen können. Genau, ich habe nicht einmal über das Justizministerium die Anzeigen zustellen können. Und dann habe ich den Druck so erhöht, dass ich gesagt habe, notfalls werden sie über die Plattformen abgeschaltet. Das hat sehr viel Kritik ausgelöst, ob das verhältnismäßig ist, was ich da angedroht habe. Aber ich habe ja nicht, ich habe es ja verbal angekündigt. Tatsächlich, ich habe einfach den Druck erhöht im öffentlichen Raum. Sie hätten es vielleicht gar nicht getan. Nein, genau. Ich hätte es vielleicht gar nicht getan. Aber Telegram hat reagiert. Telegram hat reagiert. Wir haben inzwischen Ansprechpartner. Wir hatten 68 Löscher suchen wegen dieser Mordaufrufe. Darum hat sich das Bundeskriminalamt gekümmert, auch in einer eigens dafür geschaffenen Taskforce. Und wir waren mit allen erfolgreich. Telegram hat das alles rausgelöscht. Das ist sehr gut. Ansonsten haben wir natürlich die Ermittlungsverfahren eingeleitet wegen dieser Aufrufe. Und das ist in gutem Gang gegangen. Jetzt weiß ich aber, dass Herr Böhmermann dran war. Wie ist es mit anderen Hasspostings? Wie gut funktioniert das schon in anderen Behörden? Da habe ich gesehen, dass wir noch Luft nach oben haben. Ich glaube, dass es diesen Prozess aber braucht. Das ist meine Verantwortung, das ist das Bundeskriminalamt. Das hat gut funktioniert. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben. Ich denke, das andere jetzt auszusteuern und zu sagen, an die Landeskriminalämter das weiterzugeben, zu sagen, das darf nicht toleriert werden. Da muss man gegen vorgehen, den Druck erhöhen, die Ermittlungsverfahren auch alle einleiten. Und dann wird es auch ein anderes Anzeigeverhalten geben. Das eine zieht ja das andere nach Sicht. Und dafür muss man auch nicht die Gesetze verändern, sondern einfach handeln. Da braucht man nicht mal Hintertüren oder Sicherheitslücken oder eine geschwächte Verschlüsselung. Aber die Zivilgesellschaft. Aber die Zivilgesellschaft, genau. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Schön, dass Sie hier waren. Danke schön. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute Ihnen. Wir gehen direkt über zu unserem Panel. Und ich bitte die PanelistInnen, die ich hier gar nicht sehen kann, aber die bestimmt schon ganz vorne sind, hier auf die Bühne zu kommen. Es handelt sich um Frau Schulmann, Herr Richter und Herr Oldenburg. Sonst rede ich alleine weiter. Ich habe noch ein paar Sachen offen mit meinen Vorträgen von vorhin. Nehmen Sie ernst, vielleicht kommen Sie. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen kurz die SpeakerInnen hier vorstellen. Direkt zu meiner Rechten Professor Dr. Haya Schulmann, sie ist Professorin für Informatik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt und Leiterin der Forschungsabteilung für Cyber Security, Analytics and Defenses am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt. Und sie ist auch Mitglied im Board of Directors des Nationalen Forschungszentrums für angewandte Cybersicherheit Athene. Neben ihr sitzt Felix Oldenburg. Er ist Sozialunternehmer und Mitgründer des Fintech-Startups Project Because und Vorstandssprecher der Gut.org AG. Das ist eine Holding digitaler Sozialunternehmen, unter anderem betterplace.org ist da drin, die seit dem Beginn des Ukrainenkriegs auch die Plattform Unterkunft Ukraine betreibt. Herzlich willkommen. Und ganz zu meiner Rechten und Ihrer Linken sitzt Dr. Markus Richter. Er ist seit Mai 2020 bei IT-Beauftragte der Bundesregierung, also CIO Bund und Staatssekretär im BMI. Er hat in Münster Jura studiert, war für Studienaufenthalte in Nairobi und Vancouver. Ab 2005 hat er beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als IT-Chef und schließlich als Vizepräsident die Digitalisierung dort verantwortet. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Richter, nachdem die Ministerin doch schnell weg musste, habe ich natürlich noch viele offene Fragen und würde gerne mit Ihnen anfangen. Sie hat darauf hingewiesen, dass die russischen Aggressionen der Ukraine auch Cyberangriffe mit sich gebracht haben und auch die Gefahr für Cyberangriffe auf unsere kritischen Infrastrukturen erhöht hat. Wie stehen wir denn da? Also würden wir das rechtzeitig mitkriegen? Können wir so etwas verhindern? Also zunächst mal haben wir, wie wir so schön sagen, eine abstrakt hohe Bedrohungssituation. Das heißt, wir betrachten verschiedene Szenarien, deren Eintritt nahe liegt. So, das ist sozusagen die Definition. Was verbirgt sich konkret dahinter? Die Ministerin hat das ja gerade auch kurz angerissen. Dieses Spillover-Effekt ist ein Szenario. Wir haben ja viele Unternehmen, die in der Ukraine selber aktiv sind, auch kritische Infrastrukturen, mit denen wir im engen Austausch stehen. Denn wenn dort Angriffe zum Beispiel auf deren Kommunikationssysteme stattfinden, muss sichergestellt sein, dass die Daten sozusagen nicht auf den Servern in Deutschland laufen. Und da gibt es verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen muss. Und insofern gibt es da natürlich eine Reihe an Szenarien, die wir betrachten, wo wir in der Tat auch sehen müssen, wie gehen wir damit um. Denn im Cyber-Bereich sehen wir oft, dass es unterschiedliche Akteure natürlich gibt. Es gibt Angriffe vom Ausland. Es gibt Angriffe im kriminellen Bereich aus dem Inland. Es gibt, teilweise mag es vielleicht im Zufall überlassen sein, wo gerade der Server steht. Aber in Deutschland sind immer ganz unterschiedliche Behörden zuständig. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns aufeinander abstimmen. Es gibt das nationale Cyberabwehrzentrum, das das schon tut, hervorragend tut. Aber nochmal zu gucken, wo können wir mit Blick auf die verschärfte Bedrohungslage Synergieeffekte nutzen. Zum Beispiel, indem wir das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als sogenannte Zentralstelle implementieren, wo also auch Services für Länder übernommen werden können, ist aus meiner Sicht der richtige Anlass. Und da muss mehr zusammengewirkt werden. Sie sagen schon, da gibt es offenbar Luft nach oben, auch in der Zusammenarbeit, in der Verteilung der Arbeit. Braucht es dafür offene Sicherheitslücken? Die Fähigkeit, Hackback zu betreiben oder die neue Formulierung ist aktives Cyberabwehr? Oder was ist eigentlich der Unterschied dazwischen? Also zunächst mal Hackback. Darunter versteht man klassischerweise im wahrsten Sinne des Wortes ein Zurückhacken. Das ist sozusagen das, was man auch unter Vergeltungsschlag sieht. Das ist im Koalitionsvertrag schon ausgeschlossen und würde uns auch gar nicht weiterbringen. Im Gegenteil, da würde unter Umständen eine Eskalationsspirale losgetreten werden. Und es könnte auch zu Kollateralschäden kommen, die vielleicht bei dem originären Angriff gar nicht intendiert gewesen sind. Insofern ist das abgelehnt. Das ist auch nicht das, was das Innenministerium verfolgt. Es geht vielmehr um die Frage, wenn kritische Infrastruktur in Deutschland angegriffen wird oder Opfer in Deutschland da sind. Dann sind wir bisher sehr stark darauf fokussiert, sozusagen die Systeme des Opfers zu härten und damit resilienter gegenüber den aktiv laufenden Angriff zu machen. Und in dieser konkreten Situation die Gefahr, die gerade sich realisiert hat, abzuwehren dadurch, dass ich auch den Server adressiere, von dem dieser Angriff ausgeht. Das ist das, worum es geht. Und in der Tat kommt dann das Thema Schwachstellen schnell mit dazu. Wobei ich wirklich sagen würde, das sind zwar völlig voneinander getrennte Themen, denn das Szenario oder die Instrumente, die ich dann jeweils nutzen muss, hängen, sage ich mal, von der Angriffssituation selber ab. Das, was klar ist, und das will ich zum Schwachstellenmanagement auch sagen, auch da ist der Koalitionsvertrag sehr klar. Es geht darum, dass wir Schwachstellen ausschließen, dass wir Schwachstellen ablehnen, dass wir über Schwachstellen informieren. Und es kann schlichterdings nicht sein, dass wenn wir bei Log4j oder anderen Schwachstellen warnen, dass es dann Monate dauert oder im Grunde genommen nie zu Ende ist, bis solche Schwachstellen dann geschlossen sind in dem System. Da haben wir echten Handlungsbedarf. Deswegen finde ich es richtig, dass wir auch einen Haftungsgrund mit einführen. Denn eben dann, wenn unsichere IT in den Markt gebracht wird, die über Schwachstellen verfügen und dadurch ein Schaden entsteht, dass dann auch ein Haftungsanspruch gegenüber denjenigen besteht, der das reingebracht hat. Also da sind wir unmissverständlich. Jetzt ist es so, dass es natürlich auch bekannte Schwachstellen gibt, vor denen wir sogar selbst gewarnt haben. Und die auch unter anderem mit Behörden immer noch offen sind. Also Log4j war wohl bei einigen Behörden-Websites wohl noch recht lange angegriffen. Ja, wobei wir da die Situation vor allem auf Bundesebene sehr stark gemonitort haben, sodass wir da keine Gefahr laufen. Aber ja, die Landschaft ist divers, wie man so schön sagt. Ja, und dann geht es eben um die Frage, in ganz bestimmten Szenarien, das hat ja die Ministerin gesagt, wie gehe ich mit einer bestehenden Schwachstelle um, die vielleicht sogar auch bekannt ist. Das ist eben ein anderes Szenario. Haben nicht gerade diese ausgefeilten AngreiferInnen, die jetzt vielleicht vom russischen Geheimdienst kommen, haben die nicht genügend Know-how, um sich gegen bekannte Schwachstellen zu schützen? Also wenn es darum geht, deren Server anzugreifen, wenn sie uns angreifen, brauchen sie doch irgendeinen Eingang in dieses Server, der ja eine unbekannte Schwachstelle sein muss, oder? Ich habe immer das Gefühl, da ist ein Widerspruch zu dem, was Sie sagen. Wir wollen Schwachstellen schließen. Also man muss nochmal ganz klar sagen, es geht nicht darum, jetzt einfach eine Angreifergruppe irgendwie lahmzulegen, sondern es geht in einem ganz konkreten Vorgang, der gerade stattfindet, darum, eben wirklich den Server von dem aus, der Angriff gerade stattfindet, lahmlegen zu können. Aber kommen Sie auf den Server drauf? Und da ist das Entscheidende sozusagen, wie ist die Infrastruktur? Das lässt sich so abstrakt gar nicht beantworten. Ja, dann mag es sein, dass dort vielleicht auch eine Log4j-Öffnung sozusagen drin ist, vor der gewarnt wurde, wie erfolgreich das dann am Ende des Tages ist und ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, in einem konkreten Szenario da erfolgreich zu sein, ist ein anderes Thema. Aber Sie würden sagen, es geht darum, Schwachstellen müssen geschlossen werden. Also die Lösung, der Weg dahin ist nicht über Schwachstellen offenhalten. Und damit ist es ja im Prinzip das Hauptargument dagegen. Wir haben der Regierung auch ein ganz klares Verständnis, dass das Schließen von Schwachstellen Priorität hat und dass wir da auch entsprechend unmittelbar warnen. Und das tut das BSI auch, wenn Schwachstellen bekannt werden. Und Staatstrojaner gibt es dann auch nicht mehr? Das Wort mehr müssen wir schauen. Es geht natürlich, das ist schon eine Suggestivfrage sozusagen. Entscheidend ist, wenn wir im Crime-Bereich unterwegs sind, wo es darum geht, auf eine behördliche Anweisung hin oder auf eine richterliche Anweisung hin auch Abhörmaßnahmen vornehmen zu können oder auch Informationen von der Kommunikation abzugreifen, die über ein Handy stattfindet. Dann ist es natürlich schon so, dass wir betrachten müssen, über welches Instrumentarium können wir das überhaupt? Auch nur über offene Sicherheitslücken oder nicht? Ich sage mal, da kommt das Thema Verschlüsselung sehr stark rein, wenn es jetzt um Kommunikation selber geht. Es geht auch hier nicht darum, die Verschlüsselung selber zu knacken. Dafür ist Verschlüsselung gemacht, dass sie eben Ende zu Ende so stattfindet. Da geht es dann um Zero-Day-Möglichkeit, sozusagen Informationen, bevor sie verschlüsselt sind, dort ausleiten zu können. Zero-Day ist doch bei Definition eine offengelassene Schwachstelle. Oder reden wir einander vorbei? Nein, ich sage mal, es gibt eben auch die Notwendigkeit für Betreiber, technische Möglichkeiten vorzusehen, die eben bei einer richterlichen Anordnung im Einzelfall genutzt werden kann, von dem Betreiber selber, um die notwendige gerichtliche oder rechtliche Erfordernis Genüge zu tun und dann diese Information zur Verfügung zu stellen. Das ist die Diskussion, um die es geht. Es geht aber nicht darum, sozusagen jetzt von staatlicherseits in die Kommunikation einzugreifen oder gar an der Stelle Schwachstellen zu nutzen und beziehungsweise Kryptografie zu überwinden. Okay, Sie setzen es nicht um über eine offengelassene Schwachstelle, sondern über den Anbieter verpflichten, denen Informationen zu geben. Das ist die Diskussion, ja, genau. Bevor wir jetzt direkt dadurch weiter reiten, vielen Dank, aber sehr spannend, da machen wir noch weiter gleich. Frau Schulmann, wie sehen Sie das denn, unsere Vorbereitetheit auf Angriffe auf unsere kritischen Infrastrukturen? Stehen wir da gut da? Also ich sehe das genauso wie Herr Richter, muss ich sagen. Das ist selten. Das stimmt, das ist selten, aber in diesem Fall wirklich genauso. Dann dürfen Sie sagen, wo Sie es anders sehen. Ja, gut, also kritische Infrastrukturen, alles wird digitalisiert und Digitalisierung hilft uns, Zugriff zum Dienste schneller haben, effizienter. Wir können Sachen steuern, Windkraftanlagen, kritische Infrastruktur und deshalb alles, was digitalisiert ist, ist natürlich, haben wir ein Risiko, dass es angegriffen werden kann. Was bedeutet das? Also erstmal, was sind kritische Infrastrukturen und wenn ich denke an kritische Infrastrukturen, denke ich nicht nur an als kritisch anerkannten großen Einrichtungen, sondern auch Telekommunikation und Behörden und Kommunen. Wir haben ganz viele Angriffe hatten auf Kommunen, Universitäten, wissenschaftliche Systeme und also solche Angriffe passieren. Letztes Jahr haben wir gesehen, Angriff auf Colonial Pipeline, IT wurde angegriffen, aber Operational Systems, OT wurde runtergefahren und das hat zu Benzinversorgungsengpässe geführt. Es gab auch Kollateralschäden, wie Herr Richter erwähnt hat, auf Kassad-Satellitensysteme und das hat zu Störungen von Windkraftanlagen geführt. Also was wir sehen ist, dass solche Angriffe sind realistisch. Es könnte dazu kommen, dass Stromnetz wird angegriffen. Wir haben das in der Ukraine gesehen. Wie einfach diese Angriffe durchzuführen ist, die sind nicht so einfach. Also OT anzugreifen ist nicht einfach, aber man kann ein OT angreifen durch IT. Wenn IT angegriffen wird, dann muss OT runtergefahren werden und sie können sich vorstellen, was passiert, wenn wir keinen Strom einen Tag haben oder eine Woche. Dann haben wir keinen Zugriff auf warmes Wasser, weil Wasserpumpen funktionieren nicht. Wir haben keinen Zugriff auf Medien. Wir wissen nicht, was passiert und dann bricht Chaos auf. Und das ist natürlich sehr schlimm. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Menschen mit Kindern, zum Beispiel kleine Kinder, können ohne Strom zurechtkommen. Krankenhäuser, also das kann Menschenleben kosten und alles. Ob das passieren kann? Natürlich kann sowas passieren. Wir haben auch gesehen, dass solche Angriffe passieren. Und Angriffe nehmen immer mehr zu. Dann, ich vermute, dass unsere kritische Infrastruktur besser geschützt werden muss. Es wird viel gemacht, tatsächlich. Es wird ganz viel in Cybersicherheit investiert. Wenn ich darf, dann werde ich ein bisschen an dieser Thema angehen, was Sie vorher mit Zero-Day... Das hätte ich jetzt gefragt. Zero-Day. Darf ich Schwachstellen oder nicht? Dass die Anbieter der Software auch nicht davon wissen und eben diese Lücken noch nicht geschlossen sind. Und dadurch sind alle Geräte, die diese Software nutzen, angreifbar. Entschuldigung. Genau. Wollte sie nicht hören? Genau. Ja. Und aktive Cyberabwehr. Also was mir wichtig zu sagen ist, dass es wird ganz viel gemacht, um die Cybersicherheit zu verbessern. Das sehen wir. Es gibt immer mehr Investitionen. Es gibt mehr Bewusstsein. Industrie, Behörden, Kommunen. Wir wissen alle, dass Cyberangriffe eben finden statt. Und wir müssen viel mehr machen. Es gibt viel mehr User-Training und Awareness-Programmen. Und jeder weiß, Phishing-E-Mails, gefälschte E-Mails und so weiter. Trotzdem, Cyberangriffe nehmen zu und es gibt immer mehr Scheiden. Das heißt, dass wir es, wie wir bis jetzt gemacht haben, diese Absicherung unserer Infrastruktur, die reicht nicht. Wir sehen das. Je mehr wir machen, trotzdem, es gibt immer mehr Cyberangriffe. Das heißt, das ist alleine nicht ausreichend. Es ist eine sehr wichtige Sache, unsere Infrastruktur zu beschützen, Patches abzuspielen, Zero Days oder bekannte Schwachstellen zu schließen, Sicherheitsmechanismen zu verwenden. Aber das alleine löst das Problem nicht. Wir brauchen mehr. Und das ist diese aktive Cyberabwehr. Und es gibt diese Missverständnisse mit Hackbacks. Wie, was Herr Richter gesagt hat, das sind Vergeltungsangriffe. Es geht nicht um Vergeltung. Wir können zum Beispiel gar nicht wissen, welche Cyberkriminelle Gruppe hat uns angegriffen, wenn ein Angriff stattfindet. Wir können vermuten, aber wir können nicht 100 Prozent sicher sein, weil diese Zuordnung, die Attribution, die ist sehr fehlerbehaftet. Und es gab auch falsche Flaggeoperationen, in denen eine Gruppe hat den Angriff so durchgeführt, dass es aussah, als ob eine andere Gruppe das gemacht hat oder ein anderes Land. Deshalb kann man nicht sicher sein. Aber woran wir sicher sein können, ist, was Herr Richter gesagt hat. Wir können wissen, welche Infrastruktur der Angriff durchführt. Welcher Server, welche Domäne, welche IP-Adressen, welches Netz. Und dann gegen diese Netze kann man vorgehen. Aktiv. Und das bedeutet nicht nur Schwachstellen oder Zero Days zu suchen. Eigentlich tatsächlich Schwachstellen zu suchen, ist viel schwieriger, als andere Methoden anzuwenden. Wie zum Beispiel, man kann, und das werde ich sagen, dass das FBI in den USA sehr aktiv in diesem Bereich, man kann die Infrastruktur von Kriminellen runterfahren oder übernehmen. Kann man dafür nicht einfach den Betreiber ansprechen und darum bitten? Das wird ja auch gemacht. Dazu braucht man ja eigentlich gar keine digitale Waffe. Es ist Zusammenarbeit oft mit Herstellern, mit Betreibern, mit Dienstleistern, mit Betreibern von Plattformen. Aber ein Beispiel ist, was das FBI gemacht hat mit Cyclops Blink Botnet. Und es gibt natürlich mehrere. Dieses Jahr gab es wirklich viele solche Aktionen, Operationen, dass sie das Botnet abgeschaltet haben. FBI hat das Botnet abgeschaltet und das hat natürlich nicht nur gegenwärtige Angriffe verhindert, sondern auch zukünftige Angriffe. Weil diese Botnet werden verwendet für Ransom-Ware-Angriffe, für Angriffe auf verschiedene Einrichtungen und auch kritische Infrastrukturen. Das könnte man systematisch entwickeln. Es gibt Methoden, sowas zu tun, sogar automatisiert solche Infrastrukturen zu entdecken und sie runterzufahren. Sobald die Kriminellen verlieren Kontrolle über solche Infrastrukturen, können sie nicht weitere Angriffe durchführen. Aber das Runterfahren ist nicht über einen Anruf beim Anbieter, sondern mit einer digitalen Waffe? Oder wie funktioniert das Runterfahren? Also prinzipiell solche Operationen für ein Land ist alleine sehr schwierig durchzuführen. Man braucht Zusammenarbeit. Also zum Beispiel auf europäischer Ebene kann ich ein Beispiel geben. Wir haben eine RIP-NCC. Das ist die Organisation, die für IP-Adressen und Netzen in Europa zuständig ist. Man könnte sagen, wenn man identifiziert hat, ein Netz, das Angriff auf deutsche Ziele durchführt, die Null-of-Service-Angriffe, zum Beispiel, dass man nicht reagieren kann und die Webseiten sind dann nicht verfügbar, oder andere Angriffe, dann könnte man zusammen mit RIP-NCC arbeiten und sagen, okay, dieses Netz muss abgeschaltet werden. Es gibt auch andere Methoden durch Eingriffe in Internetinfrastruktur. Zum Beispiel, wir sehen, Angriffsverkehr, der kommt aus Russland als Beispiel. Es muss nicht Russland sein, aber als Beispiel. Dann kann man durch Eingriffe in Internetinfrastruktur, in Routing, diesen Verkehr umlenken, sodass es nicht sein Ziel in Deutschland erreicht. Also das sind nur ein paar Beispiele. Darf man auf russische Server zugreifen? Das muss man gar nicht auf russische Server zugreifen und nicht mal auf russische Netze. Aber diese Beispiele zeigen, dass diese Missverständnisse mit Hackbacks und Schwachstellen geheim zu halten, das geht nicht darum. Und auch Frau Faeser hat vorher das erklärt und auch Herr Richter. Es geht um systematische Methoden, die teilweise schon existieren. Teilweise müssen wir weiterentwickeln. Die sind effizient. Man kann sogar Simulationen durchführen und es sind solche Evaluierungen, die zeigen, wie effektiv sie sind. Man hat zum Beispiel Angst vor Kollateralschäden. Aber was passiert, wenn ich dieses Netz runterfahre? Es gibt auch andere Nutzer, die betroffen werden. Sie können dann nicht kommunizieren. Man könnte natürlich diese potenziellen Kollateralschäden sehr gezielt evaluieren und sehen, dass wir nicht große Netze oder nur kleinere Bereiche schließen als Beispiel. Aber wir müssen auch im Kopf immer in Betracht nehmen und nicht vergessen, dass wenn wir andere Sachen machen wie Waffenlieferung, diese Waffen natürlich werden auch unschuldige Menschen, sagen wir in Russland, treffen. Oder wenn wir Sanktionen gegen Russland haben, sie werden auch unschuldige Menschen, treffen. Das heißt, Cyberangriffe, die sind nicht anders. Wenn wir Angriffe auf Deutschland verhindern wollen, müssen wir immer überlegen, die Schaden, sind sie signifikanter als die Schaden, die dadurch entstehen, wenn wir diese Angriffe verhindern. Und dann denken sie an Krankenhäuser. Und wenn einer von uns plötzlich im Krankenhaus sein muss und Elektrizität braucht oder krebserkrankte Patienten müssen dann ihre Therapie weiterfahren, sonst sterben sie. Dann natürlich verschiedene Schäden muss man sich überlegen und die Entscheidung treffen. Aber der Punkt ist, man muss diese Diskussion haben, diese sachliche Diskussion und nicht sagen, wir wollen keine Hackbacks, weil erstmal müssen wir verstehen, worum geht es in dieser aktiven Cyberabwehr und was das verbessern kann. Vielen Dank. Ich glaube, da gibt es echt noch viel zu klären. Vielen Dank auch zur Frage, was genau für Mittel braucht man dafür. Und sehr gut, dass Sie erwähnen, dass man die Kollateralschäden natürlich auch im Blick haben muss. Ich würde das Thema jetzt noch von einer ganz anderen Seite nähern oder mit Herrn Oldenburg mit in die Diskussion bringen. Ein anderes Thema ist ja, wie können wir, wie können Behördendienstleistungen digitalisiert werden? Auch da hatten wir nicht nur Erfolgsgeschichten in letzter Zeit. Sie haben aber eine Erfolgsgeschichte mitgebracht, nämlich von einer zivilgesellschaftlichen Aktivität, die Behördendienstleistungen, nee, nicht Behördendienstleistungen, aber letztlich den Behörden geholfen hat, Geflüchteten zu helfen, eine Wohnung zu finden. Also schon was, wo Sie mir vorher gesagt haben, da haben die Behörden einiges an Aufwand und Geld gespart, um das umzusetzen. Wie haben Sie das denn geschafft? Ja, hier wird es jetzt tatsächlich sehr anfassbar. Und das ist aber auch Teil eines resilienten Staates, der auf krisenhafte Herausforderungen reagieren kann. Und der Staat, das ist eben nicht nur die Bundesregierung und die Landesregierung und die Kommunalregierung, sondern das sind wir eben alle. Und in den ersten Tagen des Ukraine-Krieges wurde sofort sichtbar, dass eine wesentliche Infrastruktur gefordert, vermutlich würde man sagen, auch überfordert sein würde, nämlich die Fähigkeit, schnell Unterkünfte zur Verfügung zu stellen für die hunderttausenden Flüchtenden. Und da gab es aus der Zivilgesellschaft ganz unterschiedliche, schnelle Antworten, so wie wir das übrigens schon vorher bei der Corona-Krise, vorher auch in der Syrien-Krise erlebt haben. Solche Antworten gibt es immer wieder. Nur diesmal soll etwas anders sein, das sage ich gleich vorneweg als Pointe, diesmal sollten wir sie erhalten. Aber um zu erklären, was da passiert ist, damit man versteht, was es auch mit Digitalisierung zu tun hat, eine Webseite unterkunft-ukraine.de hatte innerhalb von drei Tagen mehrere zehntausend Angebote für kostenlose private Unterkunft gesammelt. Und dann war klar, dafür braucht man natürlich eine professionelle, glaubwürdige zivilgesellschaftliche Trägereinheit, in diesem Fall jetzt die Gut.org, die das übernommen hat, mit digitalen Kompetenzen, um das dann auch zu vermitteln. Und eine Woche nach Beginn des Krieges rief Markus Richter an und sagte, da können wir helfen. Wir bauen ein Portal Germany for Ukraine. Wir bieten die Hilfe des BSI, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik an, um diese Lösung abzusichern. Denn es ist klar, da waren innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen waren dann 360.000 private kostenlose Unterkünfte registriert. Also eine enorme Hilfsbereitschaft in unserer Gesellschaft, eigentlich eine Art Gemeingut, das da aufgedeckt wurde. Aber das sicher zu vermitteln, ist eine enorme Aufgabe. Sie haben auch eine Identifizierung eingebaut. Genau, also wir haben dann eine digitale Ausweiskontrolle eingeführt. Wir haben uns die Datenbankinfrastruktur angesehen, weil man davon ausgehen muss, wenn man eine so große Ressource zur Verfügung stellt, dann kann die auch selber Ziel von Angriffen werden. Und wir müssen natürlich auch die Nutzung für strafbare Handlungen vorbeugen und so weiter. Das ist sehr gut gelungen. Heute hat diese Lösung über 37.000 Menschen in kostenlose private Unterkunft gebracht, damit enorm Geld gespart. Aber das Wichtige ist eigentlich eine viel bessere Ankommenssituation geschafft und die ganze Gesellschaft aktiviert. Und dabei haben viele geholfen. Ich habe jetzt hier im Publikum auch gesehen, Anke Domscheit-Berg ist da. Ganz viele haben dabei getragen, andere Buchungsplattformen, Airbnb, Wunderflats. Und was wir jetzt tun wollen, ist, dass unter dem Namen Unterkunft.org, das ist jetzt brandneu, dass wir das so sagen, als eine gemeinsame Plattform dauerhaft zur Verfügung stellen. Damit wir bei der nächsten Krise nicht wieder das Neue erfinden müssen, sondern kostenlose private Unterkunft, die Großzügigkeit der Gesellschaft als ein Element eines resilienten Staates, als eine neue digitale Infrastruktur einführen und zur Verfügung stellen. Sehr guter Punkt. Vielen Dank, Herr Richter. Da will ich gleich nochmal auf Sie zukommen. Ich möchte aber kurz ankündigen, dass wir danach oder jetzt dann das Publikum mit einbeziehen möchten. Also wenn Sie Fragen haben oder wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Es läuft jemand mit einem Mikrofon rum. Frau Wolfangel, ich möchte auch gerne zwei Probleme damit schildern, wenn ich das noch darf mit Markus Richter gleich. Aber vielleicht wollen wir uns darüber sowieso unterhalten. Gerne. Haben wir im Kopf, machen wir. Zwei Probleme schildern. Sie haben gerade gesagt, das ist ein ganz guter Anspruch, das sicher gestalten. Es gab ja dieses Drama mit der ID-Wallet, Herr Richter, vorher. Von außen betrachtet schien es so, als wenn da die Sicherheiten nicht so ernst genommen wurden. Ich erinnere mich auf so einen Tweet, wo Sie gesagt haben, es war alles eine fail fast, fail often, schnelle, agile Software-Geschichte. Jetzt lachen Sie selber drüber. Sehen Sie es inzwischen anders? Also mir schien so, wenn es um Digitalisierung geht, wo wir unsere Ausweisdaten hinterlegen, ist es vielleicht fail fast, fail often einfach nicht der richtige Ansatz. Wie sehen Sie das heute? Also zunächst einmal ist das das wichtigste Digitalisierungsprojekt dieser Bundesregierung und auch dieser Bundesregierung sozusagen. Weil ohne digitale Identitäten, die sicher zur Verfügung gestellt werden, viele, viele der Digitalisierungsinitiativen nicht erfolgreich sein können. Da haben wir jetzt gerade schon ein Beispiel gehört. Es geht letztendlich darum, dass wir uns einfach sicher ausweisen können. Und deswegen finde ich es richtig, dass wir dort auch agil vorgehen. Und ich finde es nach wie vor, auch wenn das Projekt gescheitert ist sozusagen in diesem Anlauf, wir waren doch alle sehr beseelt davon, schnell zum Erfolg zu kommen. Das war doch kein Erfolg. Das wurde doch meine erste Nacht quasi. Ich rede ja auch von einem Scheitern. Aber trotzdem war es natürlich ein Erfolg mit Blick darauf, dass in dem Moment, als der Führerschein auf das System gelegt worden ist, die Nachfrage so groß gewesen ist, dass wir auch an Performance-Probleme und das System ja dann auch down gegangen ist, gekommen sind. Das wurde nicht runtergenommen wegen der Sicherheitsprobleme, sondern weißt du, viele zugegeben? Es ist erstmal in die Knie gegangen aufgrund der Masse von Leuten, die sozusagen sich das runterladen wollten, obwohl wir es gar nicht beworben haben und das ja noch in einem Pilot-Stadium war. Waren es alles ethische Hackerinnen? Aber ich will auch der Ehrlichkeit voll zugestehen, dass eben Hausaufgaben nicht gemacht worden sind. Und das betrifft insbesondere auch die Sicherheitsbelange. Es war vorher aus der Community auch schon darauf hingewiesen worden, dass The Man-in-the-Middle-Thematiken eine Rolle spielen. Und ja, das ist ganz klar, das muss man bekennen. Es ist wichtig, dass wir bei dem Reset sozusagen, die wir in dem Projekt jetzt vorgenommen haben, genau diesen Aspekt in den Vordergrund stellen. Und ehrlich gesagt, mir geht es darum, auch in dem Projekt Komplexität rauszunehmen. Wir haben neue Technologie, Blockchain, alles Mögliche, was alles gleichzeitig miteinander verheiratet werden sollte. Ich glaube, wir tun gut dran, erstmal das zu nutzen, was heute schon da ist. Nämlich unser Online-Ausweis, der sehr gut ist, den wir dann auch aufs Handy bringen. Aber er ist auch heute schon sehr gut verfügbar und auch von der Usability. Und dass wir das in einer App verheiraten, in der wir die Anwendungsfälle so zusammenbringen, dass ich einfach mehrere Anwendungsfälle auch wirklich zugänglich habe in einer einfachen Usability. Das ist für mich die Priorität jetzt auch für dieses Jahr. Natürlich sind wir auf europäischer Ebene unterwegs. Da ist das Regularium gerade in dem Review sozusagen. Da bewerben wir uns auf sogenannte Large-Scale-Projekte zusammen mit anderen Mitgliedstaaten. Ich würde mich übrigens sehr freuen, wenn Ukraine mit dabei wäre. Da müssen wir mal gucken, ob wir das hinbekommen unter den Förderrahmenbedingungen. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, dass wir dort Use Cases eben adressieren und damit auch eine europäische Lösung den Weg ebnen. Und alles, was mit Blockchain und anderen Technologien zu tun hat, würde ich erstmal, da haben wir die Schaufensterprojekte, die sehr gut laufen, die auch großes Potenzial aufzeigen. Aber da sollten wir mal die Evaluierung, die jetzt ja kommt, abwarten und gucken, wie können wir da sinnvoll noch Mehrwerte stiften. Wir müssen vom Bedarf her kommen. Keine Blockchain vorerst in der ID-Wallet. Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ist da schon ein Mikrofon? Lars Hohl, guten Tag. Es wurde gerade so ein bisschen als Erfolg verkauft, dieses Ankunftsportal, worüber ich mich super gefreut habe, als es da war. Ich habe mich sofort angemeldet, habe sofort einen Raum dort eingetragen. Und der Moment, wo ich dann ausgestiegen bin, war das, als ich diese, ich nenne es mal Zwangsidentifikation notwendig war, weil ich eigentlich gerne Eigeninitiativ einem anderen Menschen geholfen hätte. Und als ich dann mir geguckt habe, wer das Konsortium ist, ihr habt ja, glaube ich, da Verimi eingebunden, was jetzt eben nicht nur eine Firma ist, sondern etwas, wo auch noch andere Konzerne mit bei sind. Das war für mich der Punkt, wo ich sagte, schade, dann muss ich das dann doch hier über einen Aushang machen, privat. Jetzt wäre meine Frage, die geht dann sowohl an Herrn Richter als auch an den Kollegen. Herr Rönnberg. Wohin geht denn dann sozusagen die Strategie? Muss ich mich sozusagen perspektivisch darauf einstellen, dass alle Dienste, die ich immer mache, mit einem Primärschlüssel meiner Identifikation über ein Identifizierungswerkzeug eines Konsortiums agieren muss, wo im Endeffekt perspektivisch, ich sage mal, sei es Lockfiles oder was auch immer anfallen, einfach, wie kann ich, sage ich mal, berechtigt zugreifen, aber nicht, wie heißt es mich immer, identifizieren, sondern lediglich, dass ich berechtigt bin. Das ist ja das, was eigentlich der Wunsch ist, auch von Behördenseite, den ich total nachvollziehen kann. Wer mag zuerst? Ja, vielleicht mal über den konkreten Fall hinaus. So verstehe ich auch die Frage. Wie sehen wir das künftig vor? Es geht genau darum, was Sie sagen. Es geht darum, eine sichere Identität digital zur Verfügung zu stellen, die Sie selber in der Hand haben, genauso wie Sie Ihren Personalausweis in der Hand haben, sodass Sie über die Daten verfügen. Es war ursprünglich in dem Projekt geplant, auch einen Joint Venture zu gründen, das sozusagen aus Wirtschaft und Staat agiert. So ein bisschen wie Verimi, sage ich mal. Und da haben wir jetzt in dem Reset gesagt, lass uns das stoppen, lass uns das auf Eis legen, weil erstens, wir haben kein konkretes Produkt. Und zweitens ist die Frage, was bringt eine weitere Entität, die dann etwas macht? Unser Ansatz ist eher zu sagen, wir machen das, was heute verfügbar ist, gerade mit dem Online-Ausweis. Ich würde mich freuen, wenn wir ihn in die Secure Elements der Handys reinbekämen. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, wenn das nicht gelingt. Auf jeden Fall müssen wir den Druck auf die Handybetreiber dann nochmal ein bisschen erhöhen. Aber unerachtet dessen geht es dann darum, aus einer App heraus sicher mit dieser Identifikation Use Cases anzusteuern. Und in dem Ausbau wird es dann auch darum gehen, nur die Daten zu übermitteln, die ich natürlich auch dann für einen konkreten Anwendungsfall brauche. Also nicht den ganzen Datenkranz, der da zur Verfügung steht. Das ist das, was wir realisieren und woran wir jetzt arbeiten. Und ich freue mich sehr, dass wir interministeriell gut aufgestellt sind. Das ist auch ein Unterschied zu vorher. Vorher, da hatten wir eigentlich mehrere Projektgruppen, Arbeitsstreams, die ein bisschen parallel gelaufen sind. Und da waren nicht immer alle gleich informiert über das, was vielleicht andere gemacht haben. Und jetzt machen wir ein Projektteam, wo wir das entsprechend abarbeiten. Geht das nicht genau das auch mit der Online-Funktion vom Ausweis, die es schon seit zehn Jahren gibt? Also braucht man da überhaupt was Neues? Nein, wir wollen genau das nutzen, aber von der Usability her leichter zugänglich machen. Das ist jetzt die und mehr Anwendungsfälle einbinden, aus der Verwaltung vor allem. Uns würde es auch freuen, wenn es da andere Lösungen gäbe, tatsächlich bei uns besorge, wenn wir die Verifizierung einführen, springen uns dann die ganzen Gastgeber ab. Die Erfahrung, und übrigens danke, dass du dich registriert hast, die Erfahrung war völlig anders. Die allermeisten haben gesagt, ist das super, klar, dass ihr das einführt, weil es die Art und Weise ist, wie wir hier das absichern können. Wichtig sind aber zwei andere Dinge, die, glaube ich, auch hier wirklich gut zur Republika passen, wenn wir die Folie, die letzte Folie mal kurz auflegen können. Nämlich erstmal, wo stoßen eigentlich digitale Lösungen dann an ganz analoge und altertümliche Vorgaben? Also zum Beispiel die Wohnsitzauflage, die bedeutet nämlich, dass die, können wir mal auf die letzten zwei weiter, die Wohnsitzauflage bedeutet, dass Geflüchtete sich an dem Ort bleiben müssen, an dem sie sich zuerst registriert haben. Das schafft jetzt enorme Schwierigkeiten für eine solche digitale Lösung, weil es heißt, dass wir, genau, dass wir an den Hotspots kaum noch Angebot haben, weil die alle Daten dorthin gegangen sind, unmittelbar drumherum aber sehr viel. Man sieht, dass hier auf 100 Suchende in München kommen noch 2,3 verifizierte Angebote, aber im unmittelbareren Umkreis gibt es 670, noch stärker in Leipzig. Das liegt natürlich daran, dass wir in Deutschland kein bundeseinheitliches Meldewesen haben, aber mal ehrlich, im 21. Jahrhundert sollte eine Lösung anders aussehen und wir sollten nicht darauf angewiesen sein, dass Leute immer an dem Ort bleiben, an dem sie sich zuerst registriert haben. Das schafft ein Riesenproblem für diese Lösung. Und das zweite Problem, und ich glaube, das passt richtig wichtig und gut zur Republika, ist, dass wir eben auch diese zivilgesellschaftlichen Lösungen wertschätzen müssen und zwar nicht nur in dem Moment, in dem sie dann gerade gebraucht werden, und da bin ich sehr für die Unterstützung dankbar, sondern dann, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, aber vorgehalten werden müssen. Und das ist uns wieder und wieder passiert. Und auch jetzt ist, ich glaube, es wird daran gearbeitet, dass diese Lösung bestehen bleiben kann, aber wenn sie weiter nur auf Spendengeldern basiert, dann wird es sie in einigen Monaten nicht mehr geben. Das ist ganz klar. Und so geht es vielen anderen... Sie bezahlen schon reale Unternehmen dafür, das ist nicht, also von den Unternehmen entwickeln Unternehmen her keine Spende, sondern die werden bezahlt von Spenden der Zivilgesellschaft? Wir sind bisher alleine durch Spenden finanziert und das wird natürlich nur noch wenige Monate so gehen. Wenn wir wollen, dass wir in ein paar Jahren nicht bei der nächsten Flüchtlingskrise wieder von vorne anfangen, mit wieder jemandem, der sich das neu ausdenkt, müssen wir diese und andere Lösungen wenigstens in einem minimalen Umfang so finanzieren, in einem Bruchteil von dem, was sie eigentlich an Geld sparen. Ich glaube, das gehört zu der Wertschätzung von digital-zivilen Lösungen, wie sie hier auf der Republika an allen Orten entstehen. Jetzt dürfen Sie doch das Mikro nochmal an Herrn Richter. Wollen Sie noch was sagen? Oder zumindest, sonst teilen Sie sich das Mikro bei der nächsten Antwort. Gab es noch eine Frage? Würde ich noch... Es ist eine Frage, keine einzige, eine kurze, eine kurze. Oh, es gibt ja noch ein Panel ohne Umbaupause. Okay, dann tut es mir sehr leid. Vielleicht können wir noch am Rand stehen und ein bisschen diskutieren. Ich hätte auch noch ein paar offene Fragen. Herzlichen Dank, dass Sie alle da waren, dass Sie alle da waren. Wie gesagt, wir sprechen gerne noch am Rand weitermachen, spontan das Meetup vielleicht hier vorne. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank.